Verweichlichung wider Willen Manche wissen es ja schon, Vanille ist gar nicht gelb, der Joghurt wird nur gelb gefärbt, weil die Kunden das infolge der Manipulation der Lebensmittelindustrie inzwischen für die Farbe von Vanille halten. Aber auch wenn man den Schwindel durchschaut, fällt es einem schwer, auf die gelbe Farbe zu verzichten, wenn man eher einmal verfallen ist. Ich wundere mich immer, wenn Dokus über den Amazonas oder das tiefste Afrika laufen und die eingeborenen T-Shirts von Adidas tragen. Man denkt doch, ihre eigenen traditionellen Materialien müssten viel besser für ihre Lebensumstände geeignet sein, sowie bestimmte Getreidesorten im Müsli. Viel gesünder sind als unsere, was die Inkas noch wussten, wir aber erst wiederentdecken müssen. Aber offenbar fällt es den Eingeborenen schwer, auf Adidas-Hemden zu verzichten, wenn sie sie erst einmal angezogen haben. So wird der Mensch vom Kapitalismus immer lebensunfähiger gemacht, weil man konsumieren soll, statt sich selbst zu helfen. Man sollte aber wenigstens heimlich trainieren, es auch allein zu schaffen. Ich fahre selten mit Rolltreppen, weil ich es ablehne, mich zu einem Frachtstück degradieren zu lassen und weil ich mich nicht von irgendeinem Luxus abhängig machen will. Solange ich kann, wehre ich mich gegen die Verweichlichung, die uns vom Kapitalismus aufgezwungen wird, um uns von den Ausbeutungsverhältnissen abzulenken. Die Zeit des wildesten Manchester-Kapitalismus im 19. Jahrhundert war auch die Blütezeit der Polstermöbel. In der DDR gab es ja noch S-Bahnen mit Holzsitzen, in liebevoller Handarbeit angefertigt. Inzwischen findet man das nicht mehr, aber ich lasse mich nicht einlullen, wenn ich auf ihren gepolsterten Sitzen Platz nehme, die nur dazu da sind, dass wir auf dem Weg zu unserer entfremdeten Arbeit nicht über das System nachdenken. Ich habe noch mein hervorragendes DDR-Einkaufsnetz, das sich so ungeheuer ausdehnen lässt wie eine Gebärmutter. Leider weiß ich beim Verlassen der Wohnung nie, ob ich im Laufe des Tages einkaufen gehen werde. Ich lehne es ab, aus so profanen Gründen meine Residenz zu verlassen, früher tat man das ausschließlich, um auf die Jagd zu gehen oder bei einem benachbarten Herrscher, um die Hand seiner Tochter anzuhalten. Deshalb gehe ich nur spontan auf dem Heimweg einkaufen, habe mein DDR-Einkaufsnetz dann aber meistens nicht dabei. Also kaufe ich an der Kasse immer zwei Plastetüten und neulich merkte ich bei einer, dass etwas nicht stimmte, als ich sie öffnete. Die Henkel von Einkaufstüten sind ja an zwei Stellen auf die zartes denkbare Weise miteinander verbunden, sodass es immer ein angenehmes Gefühl erzeugt, wenn man sie voneinander trennt. Das fühlt sich so frisch an, man hat eine wirklich neue Einkaufstüte, sie ist noch nie geöffnet worden. Und ich hatte eine Tüte erwischt, bei der die Verbindung schon gelöst war, sodass sich der Effekt nicht einstellte. Auch wenn ich genau wusste, dass sie noch nie benutzt worden war, ich wusste es eben nur, ich fühlte es nicht. Wieder hatte mich der Kapitalismus heimlich von etwas ganz Überflüssigem abhängig gemacht. Vielen Dank.